Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, vieles ist gesagt. Ich glaube, ich kann mich auch einigermaßen kurz fassen. Zunächst herzlichen Dank an die CDU-Fraktion, Walter Kern, für den Antrag. Das ist ja jetzt auch schon ein paar Mal hier zur Sprache gekommen. Wir haben eben im Ausschuss dieses Thema bereits diskutiert, andiskutiert, betone ich an der Stelle tatsächlich mal. Wir haben uns eben dazu ein wenig was angehört. Und wir müssen halt jetzt gucken, wie wir als Land Nordrhein-Westfalen, wie wir als Landtag Nordrhein-Westfalen die Wünsche und Belange der Freiwilligen, die halt in dem Bereich tätig sind, beziehungsweise derer, die solche Stellen anbieten, wie wir diese Belange unterstützen können, wie wir die Situation derer verbessern können. Damit kann ich schon mal sagen, ich freue mich auf die Diskussion im Ausschuss, möchte hier allerdings ganz kurz auf die drei zentralen Hinweise, Beschlusstexte in dem Antrag kurz eingehen. Zu dem ersten Punkt, das sehe ich ein bisschen anders als Marcel Hafke das gerade gesagt hat. Ich halte den Punkt tatsächlich für einen sehr zentralen. Hier reicht es auch nicht, dass Verkehrsbetriebe oder einzelne Verkehrsbetriebe eben Vergünstigungen anbieten. Da brauchen wir tatsächlich eine Landes- beziehungsweise bundesweite Regelung. Insoweit sind wir mit dem Ziel bei der CDU. Ich wundere mich an der Stelle allerdings schon, wenn mich nicht meine politischen Kenntnisse so ganz irren, dann ist ja glaube ich die CDU im Bundestag nicht ganz so mager vertreten und in der Bundesregierung. Also insofern eine Bundesratsinitiative als CDU-Landtagsfraktion in die Wege zu leiten, wo doch vielleicht der kurze Draht zur Bundestagsfraktion auch eine Möglichkeit gewesen wäre, das weiß ich nicht, ob das jetzt so der sinnvolle Weg ist. Also insofern lieber Walter Kern, da die Bitte auch von der Seite aus ein bisschen unterstützend einzugreifen. Die Kontakte sind ja da. Es gibt Erfolgsmodelle, Walter Kern hat es eben auch angesprochen, zum Beispiel eben das Semesterticket auch hier im Land, also eine umlagefinanzierte ÖPNV-Lösung. Wir Piraten stehen für solche Lösungen. Wir gehen eigentlich ja sogar noch einen Schritt weiter. Darauf will ich jetzt an der Stelle aber nicht eingehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir hier für die Freiwilligen tatsächlich etwas Sinnvolles schaffen können. Zu dem zweiten Punkt. Ja, sehr wichtig sollten wir hier im Ausschuss tatsächlich auch tun. Wir sollten mit den Kommunen reden. Wir sollten natürlich auch mit den Verkehrsdiensten reden. Speziell natürlich, Marcel Hafke hatte das gerade auch schon gesagt, mit denen, die vielleicht solche Lösungen bislang nicht anbieten. Auch mal gucken, wo liegen denn da vielleicht die Probleme. Vielleicht ist das auch noch gar nicht so ein Riesenthema irgendwo dann vor Ort gewesen. Ich glaube, da können wir viele Dinge so in die richtige Richtung lenken. Ich halte den Ort, hier den Landtag, für den richtigen. Und gar nicht mal so sehr, dass auch die Landesregierung, Frau Ministerin Schulze spricht ja nachher in Vertretung für Frau Ministerin Schäfer, das gar nicht so sehr der Landesregierung in die Schuhe zu schieben, sondern auch unsere Verantwortung dann eben hier als Landtag zu tragen und die entsprechenden Gespräche zu führen. Dritter Punkt. Die Inklusion ist jetzt mehrfach schon angesprochen worden. Das geht natürlich schon, aber ich bin mir sicher, dass die CDU-Fraktion das weiß. Das geht natürlich längst nicht weit genug. Also einfach eine Kampagne zu starten und irgendwie zu werben, dass jetzt halt mehr benachteiligte Jugendliche in die freiwilligen Dienste einsteigen. Das wird letzten Endes nicht ausreichen. Wir haben ja auch in den Gesprächen auch mehrfach gehört, dass gerade dann, wenn Stellen oder wenn Dienste angeboten werden, wo halt eben benachteiligte Jugendliche mitmachen sollen, dass da auch einfach Geld für erforderlich ist. Es braucht gegebenenfalls auch Betreuungspersonen, fachlich, medizinisch geschultes Personal. Das kostet alles ein bisschen Geld. Das ist nicht alleine mit einer Kampagne geholfen. Wie dem auch sei, ich freue mich auf die weitere Beratung, bin ganz gespannt und ich glaube, dass wir da alle gar nicht so wahnsinnig weit voneinander entfernt liegen und freue mich auf eine tolle Beratung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Düngel für die Landesregierung. Vielen Dank. Vielen Dank.